Und ein lockeres Spiel. Nein, wir spielen es nicht erstmal auf realistisch, was überhaupt, ich glaube, sehr schwer heißt in der deutschen Version, oder? Heißt das wirklich realistisch. Was heißt casual and ranked? Eigentlich normal. Hm. Mein Terrorist Hunt. So. Keine Ahnung. Das ist weit nett. Der sah heute irgendwie total brav aus. Sieht nur so aus. Ja, der meint sich Wilke heute erholt. Davor habe ich kaum geschlafen. Guck mal, Lightning's. Femline 30. Echt. Sehr gut, der wird uns richtig schön flamen. Na, ich bin Level 25 und keine Ahnung, schlecht wie Scheiße. Also, das heißt eigentlich nichts Level, heißt nur, dass man gesuchtet hat. Er kennt die Karte. Er kennt die Karte. Ja, das ist vielleicht so. Düm, düdü, 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 düdü. Vor allem haben wir ihn wieder verloren. Groove, geh nochmal raus und starte in neun Meilen. Meistens, wenn man das macht, findet er in Sint ein Game. Vor allem muss er gleich ein Game finden, dann funktioniert es nämlich meistens. 3, 2, 1, erneut. Das packt wieder total rum. Naja, es sollte nicht mehr 15 Minuten dauern, bis ein Spiel startet. Ja, wer weiß. Mittwocheabend 20.40 Uhr, Hauptu-Zeit für Spiele. Konnte Team nicht beitreten. Ah, ist Team erfolgreich beigetreten. Ne, ist er nicht, weil Spieler suchen ist unten. Das Matchmaking ist halt hier echt der Hammer. Noch. Es wird sich bestimmt verbessern bald. Stimmt, ich sehe aus wie ein Handtuch, Hardmore. Mein T-Shirt schlabbert. Das kann sogar sein, weil das einfach nur so ein Dawn of War-Shirt ist. Vielleicht hast du auch trainiert oder abgenommen. Ne, habe ich nicht. Das war von Anfang an zu groß. So, dann. Aber ich habe keine T-Shirts mehr, weil meine Mitbewohner meine ganzen T-Shirts trägt. Ja, so ist das. Ja, und die kann ja nicht einfach die T-Shirts nehmen, die ich nicht brauche. Oh mein Gott, das hat ein Game gefunden. Oh, oh, oh. Yay. Juhu. Das ist Faultier. Level 730. Ein Fall ist auf jeden Fall deutsch. Die sind alle Level 730, die Gegner. Das ist so lustig. Sehr gut, also werden wir Fall 1 auf Fresse kriegen. Also richtig. Nein, wir können uns ja absprechen. Nein. Auf drei Sterne. Eins, zwei, drei. Ich nehme einfach mal Blitz. Deswegen bin ich dann. Dann kommt der Job. Warum soll es ein deutscher Verräter sein? Weißt du auch gar nicht. Wer weiß, woher dieser Key Marin herkommt? Südamerika. Basianischer Staatsbürger. Mit syrischen Wurzeln. Au, ich habe mir ein Vata gezupft. Ihr müsst die Geisel finden. Warum machst du sowas? Weil mir das Spaß macht. Au. Dieser Schmerz. Geht es denn hier rein? Ach da. Das fragt man sich häufiger. Problem ist, die Bank ist so scheiß riesig, da fühlt man echt nichts. Also in diese vier 40 Sekunden der Zunuszeit eigentlich null. Hier unten noch mal nicht. Also zweite Etage bis hin zum Berohlen habe ich auch nichts gefunden. Ich sehe gerade einen. Ich sehe auch einen. Den Redman. Wenn er jetzt einfach stehen bleibt und die Thronen mal weiterfahren wird, stimmt. Weil dann würden wir es jetzt noch finden, sonst kriegen wir das alles nichts. Ja, okay. Ja, okay. Warte kurz bei Naus, oder? Ja, klar. Ich gehe nur auf Sach. Okay. Ich fahr nochmal rein. Ich denke mal auf der zweiten Etage ist es nicht, weil Redman hat nämlich einen nach unten verbarrikadiert. Also den Red M 75. Ich höre irgendwo einen Störsender, da kann es null zuordnen. Ich glaube, das ist das erste Schuss. Ah, ich habe hier Absperrung gefunden. Ja. Ah, ich habe Aurege. Wo seid ihr? Ganz hinten durch. Ich habe den Störbarrikad und Störsender gefunden. Ob der am ersten Schuss spottet. Er hat geschoss, ja. Da müsst ihr das sehen, ich habe einen gespottet. Ah, okay. Ich sehe es. Wir sollten relativ sicher durch den Haupteingang rein können. Okay. Hier ist, hier ist auf jeden Fall, warte mal, kann ich das markieren? Hier kann ich nicht mal markieren. Oben sind Kameras im Boot. Ich weiß leider nicht, wo die Kameras sind, also kann ich nichts verschießen. Ich spiele eigentlich auch nie Bank, deswegen, die E-Night kommt total selten. Ich glaube, ihr müsst irgendwo ein... Ich sehe sie nicht. Haben wir irgendeinen mit dem Schweizzeug dabei? Ne, ne? Ich habe eine Planate, mit der ich durchpfeffern kann. Weck Kameras schon. Pass auf, da ist im Raum einer drin, ja. Geil, EMP. Hat gut funktioniert. Ich kann hier durchschießen mit einer Granate. Ich habe eine Flashbank bei dem drin. Boah, da ist einer links. Warte. Boah, und rechts war noch einer. Ja, den rechts habe ich. Da war der Kuh schon da. Ich schmeiße mal eine Betreuungsgranate rein. Boah, wie ist der denn? Und irgendwo links ist einer. Ah, da! Von oben. Da sitzt er in einem Treppenhaus. Ja, ist schon weg. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob er hier links da sehen wollen, aber ich sehe ihn absolut nicht. Ganz links in die Ecke. Ganz links in die Ecke. Wer verblendt Granate? Boah, wie latiert er denn? Was macht der andere denn? Der hat dicke Weste. Was wartet er? Ich weiß es nicht. Wir können nicht mit ihm kommunizieren. Nein, ich jedenfalls. Er hat auf jeden Fall noch nicht gecheckt, dass man unten rein muss, oder? Ja, Termit. Also er hätte eigentlich sich durchschweißen können durch die Absperrung, wo die dich gemacht haben. Das verlieren wir. Das ist schon. Egal. Die erste Runde macht doch nichts. Der Renato wurde zerstört. Da ist nämlich so ein Abwehrding. Es bleiben noch 15 Sekunden. Will der sich nicht mal öffnen? Er hat 10 Sekunden. Er muss drei Leute in 10 Sekunden finden. Das ist... Da ist er in der Druck getötet. Schwierig. Bank ist sowieso schwierig. Ja, ja. Der ist nicht schwer, es zu überleben, wenn man erst mal weggeht. Wenn wir, ähm, ja. Der Marin, der wählt noch aus. Ja, natürlich. Verlass das Spiel, nachdem er alleine irgendwo rumgelaufen ist, fängt schon gut an. Der Terrorist Hunt hat doch zu viel auf, als er funktioniert. Bestimmt übertragbar. Hier, ich hab ein paar feste Schlüppis für euch. Das ist immer gut. Das ist immer noch am einfachsten zu verteidigen. Ich hab ein bisschen... Sag doch was. Die sind Haupteingang, sind die. Die haben mir nicht gut, wer von uns aus ist, aber... Guckst du gerade, oder was? Ja, ich bin in Kameras. Du kannst die auch, ähm, mit X markieren, ne? Ja, ich weiß. Wir schießen gerecht durchs Fenster. Hat den Robben gefunden? Ja, habt's ja, oder? Anscheinend, da schießen wir auf jeden Fall, wer hier durchs Fenster. Wo sind wir das? Nein. Keiner von uns schießt da durch, oder? Nein. Nein. Komm da durch jetzt. Die Güptgassen gegengeschmissen. Okay. Dann ist doch komm. Oder das Ablenkungsmanöre, weil die kommen woanders wollen. Ja. Das ist auch Geldgasse. Das ist die Lösung für alle Probleme. Ich hab nicht mal den Schuss sehen können. Direkt am Fenster sind es zwei. Wo die reingeschossen haben. Obwohl ich in die Richtung lag. Auf jeden Fall greifen sie im Kreis an. Das ist schon mal... Lade nach! Geisel wurde getroffen. Der ist für... Drei Kills gemacht, so wie war das schlecht? Ja. Jesus Christ, come on. Hey, wir haben doch gut gespielt. Sieg! Jetzt ist doch euer Nervgon. Schön, sie flamen schon im Chat. Jetzt ist ihre Konzentration weg. Jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben wollten. Eins, eins, was holen wir doch easy. Ich bin gar nicht sicher, wo ich lang muss hier. Ich auch nicht. Hier ist so ein scheiß Dach. Das ist aber auch scheiße, die ist viel zu groß, finde ich. Warte, jetzt sind noch 20 Sekunden. Ich bin gerade wieder rausgefahren. Mein Fanplan darf ich. Ich bin noch nicht mal sicher, wo ich bin. Ich auch nicht. Auch hier. Okay. 10 Sekunden, geil. Ich bin auch dabei, mich zu orientieren. 50 Sekunden, nicht zum Einsatz. Die müsste im Erdbeschoss sein, das ist ein Jammer gewesen. Ich habe auch irgendwas gehört. Ich kriege nochmal was hin. Ja, der ist stehen schon. Oder. Habt ihr schon was gefunden? Ich fahre nochmal rein. Ja, ich habe auch den Jammer wieder. Die haben das Treppenhaus komplett gejammt. Nach unten oder nach oben? Nach beide Richtungen. Beide Richtungen, geil. Fahr gerade mal durch den Keller rein. Guck mal, ich kann die Jammer kaputt machen. Ach, die hat die Pütztrone. Ja. Ich würde jetzt bis zum Treppenhaus gehen und dann... Du kannst auch hier rein. Bei mir geh kannst du in den Keller rein. Ja, haben wir dafür genug Zeit? Ah, ich bin okay, ich habe sie. So, Jammer im Treppenhaus sind platt. Das ist gut, dann kann ich mich wieder auf die Drohne mal eben umschalten. Die sind im Keller. Im Keller ist sie anscheinend aber nicht. Im Keller ist sie. Da ist sie vom... Hier ist es barrikadiert, da sind die Amor-Panels. Das ist hier bei mir. Gut, dann alle zum Keller runter. Seid ihr denn? Ihr seid ja komplett am anderen Ende. Ja, da ist so eine... Ist der Raum hier hinter... ...ganz groß. So eine Lupe. Wurde entdeckt, wo sie scheiße Kameras haben. Dann mache ich hier nämlich auch ein Loch rein nachher. Wenn jetzt Banauso und Kami von der anderen Seite da irgendwie gekommen... Aber die müssen mal irgendwie Kameras, glaube ich, ausschalten. Also mal gucken, wie wir da runterkommen. Wurdest du entdeckt? Ach schön. Ah, hier können wir durch. Ich hoffe, dass du nur noch den Nachbaraum, wo wir jetzt gerade reinspringen. Wo bist du denn hin? Ach, da. Hast du eine Sprengladung bei? Dann kann ich einfach sprengen, wo du das passiert. Ja, du kannst sprengen, ja. Soll ich was reinsetzen? Boah. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es nur reinspringen wird. Musikkameraum. Da ist das V-Tier vor dich. Ah, hier sind wir schon. Schieß dann auch. Warte mal, ich hab... Der ist durch das Fenster durch. Irgendwie, ich glaube, da in die Richtung. Nee, nee. Der kommt nicht von hinten. Wo bist du? Sorry. Von hinten wurde ich mir zerschossen. Ich hab ihn. Sehr gut. Nee, wurde ich gar nicht. Von vorne kam einer. Hä? Das ist unglaublich. Das ist der Teilzeit-Gamer. Da ist noch einer da unten. In der Richtung. Warte mal, ich... Guck mal, dass ich die Drohne nochmal... Nee, die kann ich gar nicht mehr fahren. Ja, ich glaube. Oh, hier hängt C4 direkt neben mir. Fuck, jetzt mit der M8. Also auch da hinten drin sind die. Wahrscheinlich. Ja, ich hab ihn gekillt, aber er hat mich auch geschlägt noch. Immerhin. Ich weiß gar nicht, wann die einer gestochen ist. Aber... Fing... Nee? So, 2-1 die Runde holen wir jetzt auch. Soviel zu... Der Raum, der ist da zu Ende. Ich muss den ganzen noch. Sorry, Bluf. Tut mir leid. Hab dich im Verdebung gestürzt, ich weiß. Okay, wenn du mit 4-Mann-Gewinn bist, mach ich ein Bier trinken. Ah, ich hab sogar noch Bier. Kann einer hier die Dinger? Wer macht hier noch? So, hier. Rüstung. Den Raum können wir sogar halten, wir haben keine Fenster. Einmal die Wände hier dicht und dann können es funktionieren. Können die von oben reinheben? Achso, der Raum ist das. Von oben können die auch nicht rein, oder? Nee. Kann doch jemand die Wände hier dicht machen. Ja. Ich hab schon zwei. Ja, ich hab schon zwei. Ich hab auch immer. Mein Flasch hat uns angebracht! Von Kuhn noch rein, dann machen wir eine dicht hier. Welche willst du dicht haben? Hier noch, die große Tür. Die linken? Dann warten wir jetzt einfach, weil das wird dauern. Ja, ist die Position, die die vorhin hatten. Ja, jemand kann sich auch noch eine Weste holen. Ja, ich. Das ist meine andere Tür. Ja, ich. Da ist ja noch keinen draußen. Für welche? Die Locke. Ja, auf jeden Fall welche. Unten durch die Tiefgarage ist einer reingelaufen. Wo ist denn die Tiefgarage? Wo das Polizeiauto ist. Da war ich noch nie im ganzen Leben. Ja, ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung, wo das ist, aber ich wollte es einfach mal sagen. Damit du so schön bist, ich laufe links. Na, da sehe ich wirklich, ja. Okay, das heißt Kille. Ah, da sind sie. Ich komm gerade rein, irgendwo. Ich hab sie gespottet. Ein Stück. Hier ist noch einer auf der Treppe. Die haben fast alle Kameras kaputt, also. Ich glaub, Pfund haben sie den Raum noch nicht. Kameras sind alle kaputt, lohnt's nicht für mich umzuschalten. Ich glaub, die meisten sind weg, ja. Da sind welche beim Teilzeitgeben an der Tür. Hab ich gerade Füße gesehen. Ja, da kommt eine Drohne. Rein. Die ist jammed. Die kommt nicht rein. Die haben gerade die, äh... Jetzt ist sie kaputt. Den Störsender kaputt gemacht, oder? Da kommt noch einer. Das war die Twitch-Drohne. Drohne kaputt. Da kommt noch eine Drohne. Ah, ne, Granate. Jetzt sind sie, jetzt kommen sie rein. GMP. Guck, da ist denen ja durch die andere Seite kleinste, die kommen, weil das wär böse. Darum noch eine Drohne. Die brennt sich durch, die brennt sich los. Das ist eine ganz gröne Situation. Hat er mich mit einem Schuss erschossen. Oh. Oh, von hinten noch, alter. Die kommen mit, die kommen von, von wie viel Seiten wollt ihr noch kommen? Alter, ist klar, die schießen durch die Wand, oder was? Und wo trifft der mich denn? Ein Operator des Allentrucks verbleibt. Also manchmal... Boah, das gibt's noch nicht. Ich liege und hau den voll ins Gesicht ein, rein. Das ist so random. Fucking Hure. Hahaha. Nein. Wo ist bei dir das Gesicht, Hartmoor? Zeig's mir. Und ich zeig dir, wo meine Faust ist. Ach, Blödsinn. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. HVS. HVS. Plotten hier rein. Das ist kein HVS. Gerät wurde plassiert. Wurde sind大概. Ich plopte hier rein, HVS. Das ist ein HVS. Gerät wurde plassiert. Ich helfe. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Gute Arbeit. Der Geisel war weiterhin unbekannt. Willst du noch hier rein? Ja, ich komm. Fertig mit der Tür. Hat sich gelohnt. Ich wollte gerade sagen, drei Mann in dem Raum ist gut. Finde ich doof, ich habe unsere Geisel allein selbst verloren. Die ist bei mir. Hier. Fenster wird verstärkt. Guckt irgendeiner Kameras? Nee, hat vielleicht noch jemand Verstärkungsdingsmuts für die Wände hier? Weil die kam das letzte Mal vorhin rein. Wo? Ich guck mal, Kameras zu lang. Was ist hier hinten? Hier, hier. Mit dem hübschen Bild, was jetzt weg ist. Ich glaube, da ist draußen. Die Verstärkungen sind angebracht. Geh mal Kameras gucken. Kameras schon weg. Kameras ist nix zu sehen. Hier ist irgendwo eine Drohne. Ich bin nur noch nicht hoch. Ey, Mutter, auf der Wied rein. Hinter uns. Ah, Mann, da ist es gibt's doch nicht. Äh, gibt's doch nicht. Wir haben immer einen Schuss gehört. Ohne Scheiß, wenn man die Wiederholung sieht, zieht er nicht mal auf meinen Kopf, sondern dahinter. Ja, wir brauchen noch einen fünften Mann, sonst müssen wir die ganze Zeit zu viert spielen. Aber die umkreisen immer schön, das ist schlecht. Die riechen die Kadaver. Was ist nochmal die TS-IP-Dingsbums? TS3.drproof.de Gehört sogar an die Leistung. Ihr macht was zusammen? Er geht in meine Klasse. Ach so. Er ist in deinem Leistungskurs. Das auch, ja. So lernt man heute Menschen kennen. Ja, das ist voll unskugel. Kennst du gar nicht mehr. Schule. Das Leben ist meine Schule. Ex-Leben, Ex-Hudo. Wieder sagst du direkt Arbeit. Außer du arbeitst, was Spaß macht. Ja. Ich häng grad hier neben dem Lademenü eh auch. Die Mädelssäcke von A nach B tragen. Du kommst da aber gleich raus, ich bin nämlich auch, ich hab's auch geschafft. Ah, jetzt Matchmaking Aver. Dann können wir kurz warten, der kommt gleich. Oh, ihr habt doch alle, ich hab alle aus der Truppe verloren. Weil sonst kommt immer ein fünfter Mann rein, der macht immer irgendwas anderes und dann... Oder macht gar nichts oder weiß nicht. Du musst auch einen TS-Felix reinholen. Auf dem TS-Felix. Also ich kannte meinen Felix, den mochte ich nicht. Ja, kann ich nichts für. Der hat auf meinem Geburtstag Speisedosen angestochen und umgedreht hingestellt ins Lebensmittelregal. Lebensmittelregal. Das ist sehr freundlich. Und der hat ähm... Priel durch ähm... Nicht Priel, sondern Waschmittel durch den Ventilator verteilt im Keller. Der ist zu cool. Felix, bist du es überhaupt? Hallo? Ja, der ist er. Felix, bist du der Felix, den ich kenne? Bitte? Nichts. Macht nichts. Alles klar. Du brauchst dich auf Uplay. Ähm... Only Scoutinger. Wat? Only... Only Scoutinger. Only Scoutinger. Only Scoutinger. S hier, weil... Also dann S ist groß, ja. Hast du eine Frau als Bild? Richtig, Dagi Bee. Das sind mir die Liebsten. Also nicht mit Dagi Bee, aber... Du kannst doch lieber da das Bild vom Schaum reinmachen. Was auch immer, wofür auch immer der Schaum ist, ist ja für Beine rasieren. Keine Ahnung. Danke. Wir sind aber leider ein sehr gutes, eingespieltes Team. Also es wird schwierig sein, dich dem anzupassen. Aber ich bin zuversichtlich. Sondern sie hat's Level 31, gell? So, die. Weh, dass wir jetzt gewinnen mit dir. Okay.